Und hier haben wir eine Stadt, die ist florierend. Mal sehen, was das heißt. Etwas weniger, aber florierend ist ja auch nicht schlecht. Die bringt nur 787 Provinzwohlstand pauschal und nochmal plus 10 in der Runde dazu. Das hier erinnert euch ein bisschen mehr. Also man muss halt versuchen, die guten Städte zu ergattern. Also mindestens normal. Was natürlich nicht heißt, dass man jetzt dürftige oder arme Städte versauern lässt. Die baut man natürlich auch aus, vor allem weil sie ja noch wachsen können. Aber es ist halt wichtig, reiche Provinzen zu haben. Ja, gut. Jetzt habe ich genug gelabert und wir fangen mal an mit dem Spiel. Wir haben die Verträge schon abgeschlossen, die beiden Handelsverträge. Jetzt als nächstes muss gebaut werden. Hier ist natürlich klar, der Bauernhof, der muss gebaut werden. Da steht er schon. Die Schule wird dann aufgerüstet, wenn wir die nötige Technologie dafür haben. Der Rest existiert auch schon. In der Hauptstadt bietet sich an, das Staatskapitol zum Repräsentantenhaus aufzurüsten. Das bringt dann, na mal gucken. Achso, ein Repressionspunkt mehr und drei Prozent Steuern mehr. Also nicht so viel, wie ich finde. Das Opernhaus bringt ein bisschen mehr Zufriedenheit und Städtewohlstand ist auch nicht wirklich wichtig. Den Marinerad, der wäre wichtig, den könnten wir aber noch nicht bauen, weil der halt verschiedene Technologien, also eine braucht, nämlich die Uferanlagen. Und die Artilleriefabrik können wir auch noch nicht bauen. Aber Artillerie hat in diesem Spiel ohnehin keine große Bedeutung. Also hier sind wir mit dem Bauern durch. Dann gehen wir das nächste Mal nach Indien. Also ich finde es echt geil, dass wir hier einfach so, ich finde es super. Cylon ist noch nicht mega reich und hat auch hier, Stadt ist wachsend, Bauernhof mit geringem Ertrag. Ach, aber es geht. Zum Beispiel hier, und das ist, obwohl es geringer Ertrag ist, eine echte Goldgrube. Und zwar eine Edelsteinmine. Die bringt uns 875 Prozent ins Wohlstand und das ist echt Hammer. Also das ist echt super. Die Investition von 1500 Mark, die haben wir hier bei dem Steuersatz von 31 Prozent. Warte mal, die haben wir in sechs Runden raus. Und die anderen 150 Runden oder was ist das dann nur noch Profit. Also das ist echt geil. Dann haben wir hier eine wachsende Stadt. Werkstätten Weber, die bringen 450. Mal gucken, was bringen die in Europa. Weber Pütte, das ist was anderes, ne? Also so reich ist die nicht und deswegen möchte ich diese gerne abreißen. Diese Stadt. Und zwar, um hier eine Schule hinzusetzen. Und ich hoffe mir von dieser Schule mehr Forschungspunkte. Ups. Eine Runde dauert das, um die abzureißen und danach werden wir daraus eine Schule bauen. Hier haben wir dann darüber hinaus eine ganz wunderbare, mit dem normalen Ertrag Teeplantage. Die habe ich euch schon gezeigt. Die produziert 22 Kisten pro Runde. Und wenn wir erstmal die Physiokratie erforscht haben, können wir die große Teeplantage bauen. Die produziert dann schon 37 Kisten Teehner, also 15 Kisten mehr. Und zu guter Letzt noch Reisfelder, die sind wichtig für die Ernährung vor Ort. Und Reisbauernhöfe als Steigerung bringt ein bisschen Geld und Bevölkerungswachstum. Zum Glück ist Cylon eine große Provinz. Das heißt, wir könnten hier mal Gebäude bauen, Kanonengießerei und Konservatorium, sowie eine Garnison. Das ist ganz wichtig, weil wir hier vor Ort auf jeden Fall die VOC-Infanterie ausbilden müssen. Die ist genauso gut wie Linien-Infanterie in Europa und ist sozusagen das, der indisch-europäische, genau wie die VOC-Kavallerie, die indisch-europäische Entsprechung von der europäischen Kavallerie. Ja, Befestigung brauchen wir noch nicht. Infrastruktur wäre aber ganz gut, damit es hier mehr Städtewohlstand gibt. Der Hafen ist schon ausgebaut. Wir bauen mal einen Ostindien-Fahrer. Und mit den Schiffen, die ich hier produziere, möchte ich ganz schnell hier dann hin und erstmal mich mit den Piraten, also mit den Schneebäcke und komische Schiffe, ja, die müssen wir dann besiegen und danach hier die Handelsposten besetzen für Elfenbein. Fünf Stück gibt es insgesamt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Piraten schlagen werden. Am besten brauchen wir lieber eine Fläute, die hat nämlich mehr Kampftraft. Es gibt hier zwei Typen von anderen Schiffen. Eins davon ist ein holländisches Spezialschiff, was nur die Holländer haben, nämlich die Fleute. Die hat richtig viel Rumstärke und Feuerkraft. Dann brauche ich mal lieber eine Fleute hier. So, die kostet zwar mehr, aber... Ja, jetzt guck, die hat viermal so viel Feuerkraft. Die ist fast wie ein Kriegsschiff. Ähm. Die Spanier haben auch ein spezielles Schiff neben dem Ostindien-Fahrer, den alle Nationen haben, nämlich die Galeone. Die ist noch stärker als die Fleute, dafür aber auch ein bisschen langsamer. Ja, also ich brauche hier erstmal ein paar Schiffe, die Fleute halt und dann, äh... Ach, hier gibt es nur eine Runde, interessant. Ja gut. Also Cylon ist erstmal ausgebaut. Dann gehen wir nach Nord- und Südamerika. Hier haben wir gleich zwei Provinzen. Hier haben wir jetzt leider kaum noch Geld, aber mal sehen, vielleicht... Kommen wir gleich noch an was. Wir haben eher ein Holzfällerlager, was richtig viel Provinzwohlstand bringen würde. Aber ich gucke erstmal, was die anderen noch können. Eine Goldmine, die lässt sich erstmal nicht ausbauen. Und eine Edelsteinmine. Ein normaler Ertrag. Ihr seht schon, die bringt noch mehr. Ja, die in Cylon hat 875 Brunde gebracht, die offene. Und die bringt schon 1050, also richtig gut. Die Goldmine natürlich auch, 1500, also der Rubel rollt. Und der Hafen bringt den schönen Zucker weg. Die französischen Freunde sind nebenan und haben hier noch keine Armee. Aber wir haben, glaube ich, auch keine oder so gut wie keine. Doch wir haben einmal Miliz. Aber ich denke, das können wir bald erobern. Krieger-Hilfstruppen, Bogenschützen-Hilfstruppen, Milizen. Interessant, Bogenschützen, ja gut. Auch ein bisschen archaisch das Ganze. Gut, ich schaue mal lieber, was wir hier noch haben. Curaçao, eine süße kleine Provinz mit einer sehr armen Stadt. Die könnten wir nicht auch mal abreißen. Bringt auch kaum was. Und 300 Provinzwohlstand. Ja, reißen wir auch ab. Lieber Schule, die bringt mehr, die Forschung. Natürlich verlieren wir dadurch erstmal Geld, das ist klar. Aber die Forschung, die wir dadurch haben, werden sozusagen umgekehrt durch ihre, durch neue Möglichkeiten, größere Plantagen, größere Bauernhöfe, größere Webstätten, bessere Militärs, insgesamt deutlich mehr Geld bringen. Also das ist sozusagen, ähm, ja, besser. Obwohl wir erstmal Geld verlieren, ist die Forschung langfristig und auch mittelfristig schon wesentlich wichtiger als irgendwelche blöden Plantagen oder, äh, als irgendwelche Städte. Und hier haben wir nochmal einen hohen Ertrag. Oh, sehr gut. 26 Zuckerhüte pro Runde. Die bringen uns 312 Goldstücke. Also das haut auch richtig rein. Und dann sehe ich, das ist glaube ich richtig, dass diese Provinz auch ausgebaut ist. Genau, wir haben schon ein maximal, äh, großes Militärgouverneurslager. Und können hier sogar schon Lineninfanterie bauen, wenn wir wollen. Machen wir aber noch nicht. Erst nächste Runde. Wir bauen hier erstmal in Französisch-Goyana, Ach, ein Holländisch-Goyana, ein Holzsälerlager. Für mehr Geld. Jawohl. Ja, und unsere Nachbarn müssen wir uns erstmal gutstellen. Die Holländer haben hier die Inseln über dem Winde und Französisch-Goyana. Hier sitzt Neu-Spanien. Ein Protektorat vom alten Spanien. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns mit denen nicht anlegen hier, weil das wäre echt ärgerlich. Und hier sitzen die Spanier direkt in Santo Domingo, Kuba und Florida. Also wir streben hier in Nordamerika definitiv nicht die Weltherrschaft an, anders als Franzosen, Engländer und Spanier. Wir sind aber hier aktiv und wir brauchen die Kolonien auch auf jeden Fall. So, die Piraten werden wir gleich angreifen. Erst mal gucken. Oh, ist das schon mal die Infernerie. Und ein General, jo. Gerüchte um Feigheit. Oh, oh, nicht gut. Und Europa. Ja. Ja, also. Was werden wir jetzt militärisch machen? Die Wirtschaft ist erstmal am Laufen. Wir werden nächste Runde 4.500 Profit. Das ist ganz ordentlich. Wir sind verbündet mit England, Westfalen, Hannover und Österreich. Von Anfang an. Auch sehr gut. Im Krieg, wie alle anderen auch, mit den Barbaresken und Piraten. Und haben einige Handelspartner und noch keine Protektorate. Und es ist ja unser Ziel, Flandern zu erobern. Flandern ist von Spanien besetzt. Und wir müssten jetzt in der ersten Runde Spanien direkt den Krieg erklären, um hier einzumarschieren. Flandern ist eine recht reiche Provinz. Also ich hoffe, wir davon reichlich Einkommen. Ja, hier ist auch nochmal eine wohlhabende Stadt. Und nochmal ein Bauernhof. Und vor allem eine Schiffswerft, die ganz wichtig ist für die Produktion von Schiffen. Das ist übrigens diese Galeone von den Spaniern. Die können wir natürlich dann nicht mehr bauen. Aber, äh... Ja, Fregatten und so weiter. Wir haben hier nämlich nur einen Handelshafen. Wir haben noch gar keine Schiffswerft. Wir haben nur Handelshäfen. Wir müssen aber auch irgendwie Kriegsschiffe bauen. Äh, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diesen Hafen früh bekommen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ja, hier sitzen die Franzosen noch mit einer Flotte. Und hier haben wir unsere Flotte. Und die britische Flotte, unsere Verbündeten, sitzen hier mittendrin. Das ist ganz gut. So einen kleinen Puffer. Ähm... Ja, unser Agent ist hier. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich jetzt direkt Spanien angreife. Ich kenne... Habe ein bisschen damit mal geguckt, wie das so läuft. Normalerweise, wenn man Holland spielt, viele lassen das doch erstmal Spanien sein hier. Finde ich aber nicht gut. Denn ich bin der Meinung, dass wir recht schnell neue Truppen brauchen. Ich ziehe noch aus unserer Hauptstadt die Halbkanonen und die Pikeniere mit ab. Und dann greife ich jetzt Spanien an. Und wir werden vermutlich dann auch mit Neu-Spanien und Frankreich im Krieg sind. Und vielleicht sogar mit Bayern. Mal gucken. Ich habe bitte den Beistand. Und bekomme ihn nur von Großbritannien. Die anderen drei leider nicht. Aber egal. Dafür schließen sich ihm auch Bayern nicht an. Also wir sind jetzt im Krieg mit Spanien, Neu-Frankreich... Äh, Spanien, Frankreich und Neu-Spanien. So. Ähm. Das ist wichtig zu wissen, dass auch die Franzosen mit uns im Krieg sind. Wir sind hier gleich nebenan. Ähm. Ich speichere mal kurz. Und, äh, ich gucke gerade auf die Uhr. Das mache ich gleich. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, ähm, ja. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Vergnügen. Bald geht's weiter mit der ersten Schlacht. Und danach müssen uns auch noch die Piraten kümmern. Und haben dann noch die erste See-Schlacht gleich hinterher. Ist doch alles wunderbar. Bis dahin. Macht's gut. Und... Tschüss. Musik... Musik...